Der FC Bayern München, aber vor allem deren Trainer Thomas Tuchel zeigt Interesse an Chelsea-Mittelfeldspieler Matteo Kovacic. Im folgenden zeige ich euch meine Einschätzung, falls es zu einem Transfer kommen sollte, ob die Bayern dann eben stärker aufgestellt sind im Mittelfeld oder ob es kein guter Transfer wäre. Ein großer Pluspunkt für den fast 29-jährigen Kroaten ist die Sprache, denn er spricht Deutsch, ist ja in Linz geboren, in Österreich und auch aufgewachsen, hat aber auf Profiebene nie in einem deutschsprachigen Land gespielt, weil er eben schon früh in die Zagreb-Jugend, in das Heimatland seiner Eltern nach Kroatien gegangen ist, dann eben zu Inter Mailand, Real Madrid und schließlich zu Chelsea. Also er hat auch schon bei richtig großen Top-Klubs gespielt, zwar nicht immer Stammspieler, aber da bringt er auf jeden Fall die nötige Erfahrung mit und hat auch eine gewisse Sieger-Mentalität, denn er konnte insgesamt viermal die Champions League holen, dreimal mit Real, einmal mit Chelsea. Generell ist Kovacic ein sehr underrateder Spieler aufgrund seiner unscheinbaren Spielweise. So hat er als Achter wenig Torbeteiligungen und ist daher nur selten in Highlight-Videos zu sehen, ist aber dennoch von großer Importanz für das Spiel seiner Mannschaften, sei es Chelsea oder auch die kroatische Nationalmannschaft, in der er mit Modric und Brozovic meiner Meinung nach das beste Mittelfeldtrio auf Nationalmannschaftsebene bildet. Bevor wir zum Spielerischen kommen, erst noch einmal der finanzielle Faktor, denn so hat Kovacic einen Marktwert von 40 Millionen Euro und sein Vertrag läuft noch bis 2024. Chelsea muss Spieler verkaufen, denn sie haben einen viel zu großen Kader und außer den frischen Neuzugängen sind da eigentlich alle verkäuflich, wie man so hört und dementsprechend sollte er meiner Einschätzung nach so für ca. 35 Millionen zu haben sein, was meiner Meinung nach rein für den Spieler von seiner Qualität ein richtiges Schnäppchen wäre. Nun kommen wir aber auch noch zu dem spielerischen Faktor, denn auch wenn es ein Schnäppchen ist, muss er natürlich nicht unbedingt spielerisch in den Kader, in das System der Bayern passen. Zunächst einmal, wie vorhin gesagt, hat er mit Chelsea die Champions League gewonnen und zwar unter Thomas Tuchel, dem heutigen Bayern-Trainer. Er kennt ihn also. Interessanterweise habe ich auch mal nachgeschaut, in der Champions League Titelsaison, in der Tuchel ja übernommen hat, war er tatsächlich selten in der Startelf unter Tuchel. Da waren es eher Kanté und Jorginho im Doppelmittelfeld. Die Saison darauf war er dann meist gesetzt neben Kanté, solange er fit war. Also er hat selbst nicht neben einem wirklichen Sechser gespielt, denn Kanté ist es einfach nicht, auch wenn das viele lange meinten, sondern meist in einer Doppel-Acht mit einem ähnlichen Spielertyp, wie Jorginho oder eben Kanté, mit einer Dreierkette als Absicherung dahinter. Für Bayern ist es dann also durchaus möglich, dass man für nächste Saison eine Dreierkette mit einer Doppel-Acht aus Kovacic und Kimmich davor in Betracht zieht, mit einer Dreierkette dahinter könnte es funktionieren, da sie dementsprechend abgesichert werden und keinen klassischen Abräumer hinter sich unbedingt bräuchten. Dennoch sind beide keine Sechser, also Kimmich und Kovacic, aufgrund der fehlenden Defensivkompetenzen und sie wären keine optimale Besetzung für ein Doppelmittelfeld vor einer Viererkette defensiv, wenngleich es trotzdem besser wie mit Goretzka funktionieren würde, da Kovacic sich gut und gerne in den Spielaufbau mit einbringt und den Bayern somit eine weitere zentrale Anspielstation neben Kimmich bieten würde. Ihr seht jetzt hier die ganze Zeit seinen aktuellen FB-Ref-Bericht der letzten 365 Tage eingeblendet. Ich habe mir aber auch mal noch seinen Bericht aus der vollen Tuchelsaison in der Premier League, also die Saison 2021-2022 angeschaut und zwei Sachen, die mir auffallen, sind zum einen, dass die Zweikämpfe deutlich und erfolgreichen Offensiv-Zweikämpfe auch viel besser sind, also er ist ein guter Pressing-Spieler, wenn man eben mit Pressing spielt, was ja derzeit bei Chelsea nicht unbedingt der Fall ist, aber unter Tuchel eben schon und da hat er auf jeden Fall seine Stärken und könnte den Bayern eben helfen. Zudem ist sein kreativer Output, man mag es nicht unbedingt denken, wenn man ihn sieht, denn er scheint schon so ein bisschen wie ein defensiver Klotz, wenn man ihn sieht mit einem Gewicht von 80 Kilo auf einer Größe von nur 1,77 Meter, hat mich übrigens auch verwundert, dachte er ist deutlich größer und trotz dessen ist er auch im Dribbling extrem stark, also früher war er da noch besser, vor allem zu seiner Interzeit, jetzt ist es natürlich ein bisschen schwieriger, da er dementsprechend physisch zugelegt hat an Masse, was natürlich auch defensiv hilft, aber dennoch ist er kein schlechter Dribbler und geht gerne ins Dribbling, vor allem im letzten Drittel. Ebenfalls im letzten Drittel ist wie gesagt sein kreativer Output damals wie auch heute extrem stark und als ähnlichster Spieler vom statistischen Profil für eben diese Saison 2021-2022 wird bei FB Ref Thiago angezeigt, welcher im Spiel der Bayern ja heutzutage noch das ein oder andere Mal häufig vermisst wird. Meine Einschätzung zu dem Ganzen ist, dass es eher ein willkürliches Gerücht ist, Kovacic würde den Bayern helfen, würde sie verstärken, aber wäre zum einen nicht die langfristigste Lösung und auch nicht die bestmögliche, die man haben könnte, selbst in seiner Altersklasse, denn er passt eben auch nicht optimal rein, man sollte eben eher einen Sechser holen, den hat man gewissermaßen ja schon mit Leimer verpflichtet, beziehungsweise das ist noch nicht bekannt gegeben, sobald es öffentlich wird, kommt auch mein Video dazu, das ich schon aufgenommen habe. Zudem hat man halt eben im Kader auch noch Gravenberg, der jetzt schon unzufrieden ist, den man da noch jemanden vor die Nase setzen würde und einen Goretzka, der zwar keine Leistung bringt, den man aber dennoch auch erstmal verkaufen müsste und auch Sabitzer kommt erstmal von United zurück, von der Laie, mal schauen wie es da weitergeht, also da hat man eigentlich ein Überangebot und ich glaube das Gerücht ist eher recht willkürlich und hat keine wirkliche Wahrheit dahinter, auch wenn Kovacic schon ein genialer Spieler ist, den ich auch gerne mal in Deutschland sehen würde, da er eben Deutsch spricht, aber erstmal unrealistisch denke ich mal, vielleicht ja ein Bellingham Nachfolger für den BVB, wer weiß. Das also soweit meine Einschätzung zum Gerücht von Kovacic zum FC Bayern, was sagt ihr zu dem ganzen Teil der meine Einschätzung, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. !